hallo und herzlich willkommen hier zweiter folge hier ich gehe auf dem arsch blockiert ach so ja auf zum nächsten feld flüge geht an die 14 wird aktuell noch gemulcht oder streikt ach das ist auch noch dabei genau ich habe wieder hier die arbeit gesehen und dann war wieder weg ja mit dabei passen ja hallo das jede mal der kann weil das hier nicht so läuft ach so mein mulchen hat nicht so er hat irgendwie an der brücke aufgehängt ist aber so so ich bin ja gerade hier und guck dann nach und dann kommen wir eingreifen so ich habe die nase das macht man nicht beim spielen das können kleine haare sein aha macht der jetzt nichts so das verstehe ich nicht ich war der gemulcht wir haben schon die fünfte folge können wir noch nicht ausspielen nein nein und trainieren ich habe nicht mal ekaros nächste sache ich habe gesagt wer wieder mein pc packt dann nicht das weiß ich nicht das problem ist die neuen kosten nicht wenig 30 60 wer da führen muss plus die nötigen prozessor das muss ja auch noch alles berechnet werden das ganze problem dabei sonst wäre alles nicht so schlimm so geben bleibt da haben die anderen fahrer den klein umgekippt unmöglich unglaublich ich probiere mal feldnummero und reise zu flügen haben den richtigen flug das ganze höchstens aus recht als rechen nehmen hier näher ist als tiefenlockerei das ist auch schon gerät dafür der den bohnen nicht umbricht aber der wird direkt der traktor ist so schwach für den flug dann kann ich stehen lassen dann nämlich ein anderer traktor da hinten steht bisher gemulchert das dauert ja noch eine weile wir haben ja kein geld für neue traktoren aber richtig doch schon aber keine großen ich nehme den deutscher hat zwar kein gewicht daran günstig aber aber im hofer gewicht der hochgewicht irgendwo bestimmt dann haben wir hier rum ohne gewicht geht das nicht wenn ich die kraft geht so hinten aus und wenn vorne so leicht ist er hebt den hoch da kann er nicht lenken normalerweise man mag wir müssten mal so ein dings machen mit ddr maschinen nostalgie meinst du oder nostalgie nostalgie das ist schwierig weil er im prinzip zu wenig mods dafür gibt noch ja das ist ja alles kleine maschinen jain kassi 100 zum beispiel kenne ich nicht das gelbe hero wird genau der ist kassi 100 das war der größte schlepper für flüge mhm damit haben sie mit acht flugscharen geflügt ah ja oder die die silos halt verdichtet die hatten so einen korb gehabt weil die mussten das ja früher mitten mit dem korb rauffahren so wie heute über den tag darüber fahren das war ja gar nicht möglich und waren zu schwach dafür aber wir sind prinzip herangefahrene abgekippt und der mit kassi 100 des fachschitz rückwärts ran hat das gut aufgenommen und rückwärts aufgefahren und wieder abgekippten wir sind mehr aufwand wie heute und die maschinen waren halt nicht so ich habe doch noch gewicht hier gesehen jetzt sehe ich keine mehr ich habe kein geklaut nein unsere silos passiert unsere silage die folie ist weg habe ich geklaut hast du geklaut ja warum das mir war langweilig brauchst du mehr arbeiten nee ich bin hier fleißig am verdichten mittlerweile das könnte auch so verrotten ne mit verrotten nicht keine Ahnung wo ist man die leal zur finger hauen hm gibt's nicht da muss sein aber in der ecke schäm dich nein 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 ich sehe wie die winken in der mitte sind es alle einen rehen rasen gucken wie schwer die alle sind das wiegt 1,5 Tonnen das wiegt 1 Tonne Nimm mal eins noch bei uns. Das muss ja auch schwer schieben. So, es geht zum anderen Feld, zum etwas größeren. So schneidet er die Silageballen auf. Wollte zwar probieren, es geht nicht. Oh oh. Oh oh. Du fährst weg, statt. Nee, tut er nicht. Fängt an zu laggen. Das tut. Du musst dir mal eine L reparieren lassen. Ja, ich fahr gerade hin. Warum nicht kommt jetzt kein anderer Abfahrer hier an. Natürlich kommt da gleich keine. Wann ja nur noch zwei. Ja. 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 Probier mal ein Luft-Dings da aus hier. Proketten mal essen. Mhm. Ja. 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 Ich brauche einen größeren Raum so ein Spiel. Ich brauche eine Million Geld. Geld. Egal was. Ja. Ja. Du brauchst auch sowas. Ja. Wäre schon gut. Wäre leichter. Wäre leichter. Mehr Geld. Mehr Moneten. Mehr Zaster. Mehr Cluster. Ah ja. Wäre richtig. Ja. 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 Wie vorgewendet man mit mir immer. Oh, oh. den aber ich war scharf scharf was berechnet hoja den formenden zu wenig haben wir sind auch 16 sind egal und sich leichter beim wenden fängst du an erst nicht okay vor allem anströme also richtig wohin muss man neu machen klusgänger ist das hunde oder warum peifst du noch den und die machen keinen Platz na muss lieber auf dem fahren so beginn auf vorgebende ok guck mal noch ein bisschen könnte vierten modus vierten modus rechner wenn da oben machst du da muss selber hinfahren jetzt hat er irgendwie zur straße und von der straße aufs feld und da ist aber der geram ok das geht nicht gut du machst das schon ich hab volles Ton in dir die blood aid ist alles übrig das geht wauw das geht geht los richtige flug arbeit hier wunderschöne steile raus ja man sehen wir schaf hinkriegt also er ist dabei was macht ein schaf so weit muss ich dich einweisen das geht nicht schade macht da schwierigkeiten das ist eigentlich zu steil dann hoch so die erste runde dabei sein am rand hast du nicht geerntet nicht da steht noch eine halbe million ach so da wo der deich ist ja genau ja da kann ich mit meinem schneidwerk lang weil er zu groß gewesen aber er pflückte er pflückte auch nicht zu steil für die aufgabe das feld ist ein kleiner machen normalerweise aber gut was soll's ist halt mal so nicht wir können aber das letzte fach karte spielen das meine ich noch mal nicht das war so schön die felder waren nicht groß die hast du recht relativ kleine verleckert gut paar aussagen gab schon durch mehrere tage dabei war das zeug zu ernten das gelbe zeug ich glaube ich glaube die fps war auch keller ich hatte mit 6 fps gespielt und ich hatte noch meinen alten pc aber wird jetzt auch nicht anders sein gegenüber die alte hast ja weiß ich genau drauf drauf war aber vom videospeicher ist da auch nicht besonders viel gewesen ja so eine karte musste alle mit mit vier fünf dann die spielen können ich habe jetzt einfach mal auf 6 angelegt aber es müssen sich die richtigen melden das ist problem ich habe geduld ja 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 ich bin so im graben gefahren ja 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 man sieht dieses ist ja immer noch so, wie es auf dem welt ich willfinanzierende arbeiten ist mittlerweile der Löffel ist wieder leer. Achso? Ja. Das hat der Vehicle-Inspektor. Ja. Das liegt jetzt auch. Das ist ein neues Lagersystem, ne? Mhm. Das braucht ja auch wieder keiner mehr oder weniger. Ich glaube eher, es wird schwierig sein, dass irgendetwas, was so nagelneues, was dann noch ausbringen können. Das wird schwierig. Ja. Aber im Grunde, mehr oder weniger können sie jetzt nur irgendwann mal die Marken wiederholen, ne? Mhm. Bei Fendt wäre eine Möglichkeit, Dolz wäre eine Möglichkeit. Aber Dolz haben nicht viel Drescher, das ist ein bisschen eingeschränkt. Wir haben Überlänge. Haben wir das? Ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Wir haben gestern eine Folge gehabt, da waren 27 Minuten. So. 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 Morgen geht es hier weiter, hier auf dem Marsch mit Flügen und dann nachher Mais, 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 Tschüss. Ciao, ciao.